Basti, musst du ein bisschen weiter nach vorne. Basti, mit dem FitX Flex auch? Ja, ich auch. L-L-X. Ja, aber du bist da hin, oder? Sportgemeinde Boltenburg wird Ihnen präsentiert von Krambacher. Sportgemeinde Boltenburg. Gut, kick, kick. Wir sind wieder zurück. Night Quiz, Episode 2. Team Mürze gegen Team Nulltarif. Wir sind alle heiß. Wir spoilern euch in drei Sekunden übrigens. Nicht in drei Sekunden, aber jetzt gleich. Ich spoilern euch das Ergebnis. Und zwar in drei, zwei, eins. 1 zu 0 für Team Nulltarif. Das ist so stark. Wir gewinnen so hart. Ich sehe gerade nur der Ernst. Das heißt, Team Götze ist unter Druck. Aber Team Götze... Wenn wir jetzt verlieren, dann kann es sein, weil ich das hier nicht. Wollen wir mal direkt reinsteigen wollen. Die haben den Cheat. Okay. Wollen wir mal direkt reinsteigen wollen. Du weißt, wenn du einen Cheat. Okay, geht's? Ja. Gut, wir fangen wieder an mit normalen Fragen. Let's go. Normalen Antworten, ganz einfach. Let's go. Normale Antworten. Also, wir haben als erstes die Frage, es gibt einen Keeper, der 202 zu 0 Spiel in seiner Profikarriere gemacht hat, was der Rekord ist. Und ich möchte von euch gerne hören, wer das ist. Das war eine einfache Frage, einfache Antworten. Wer hat die Ärger mit der? Team Götze? Ja, wir haben gefragt. Ja, wir auch. Weißfalsch? Fandasa. Peter Tschech? Peter Tschech? Ja. Let's go. Also, wir kommen zur zweiten Frage. Und die Frage ist, welcher Spieler hat die meisten roten Karten in der Premier League? Jemals. Jemals. Wie ist es? Wir haben Royal Key. Beides wieder falsch. Patrick Vieira? Vieira hat mehr als Royal Key? Ich hab aber auch. Nehmen sich nur die Nerven durch. So, jetzt haben wir glaube ich zwei Fragen untereinander, die relativ einfach sein sollten. Das sind Spitznamen von Klubs. Okay. Also nicht ganz drei, Frage drei. Sind die Colchoneros? Wir sind die Colchoneros. Aus Spanien natürlich. Ihr habt ne Antwort? Ja. Ihr habt ne Antwort? Der andere Spitzname von dem Team wären die Rocky Blancos gewesen. Oh nein! Er hat Lesenbach aufgeschrieben. Let's go, Digga! Wie sagt ihr? Wir hatten wenigstens. Wichtig, Digga. Wichtig, Digga. Und da ist das Ding. Ich hör nur Rocky Blancos, Digga. Wahrscheinlich weiß ich ihn aus Colchoneros. Ja, ist das geil, Digga. Und danach kam von Hoffmeier hinter Colchon, dass sich das andere und die Gurke aufspannet. Genau. Und deswegen grün so. Und das, Digga. In Sicilia, Digga. Okay. Okay, let's go. 1-0. Ich ihm Götze. Oh, Götze. Das heißt, count die Chance, Digga. Und das ist Französisch. Nein, nein, nein. Ich weiß welch du meinst. Die heißen anderen. Hey, die hab ich noch gekocht, Digga. Die gibt mir auch bei IKG einen Beitrag dazu. Wo ich mit Dennis hinter der Pfanne sitze. Dennisinho. Oh mein Gott, Jungs. Dennis. Dennis. Mach so, schneid das so. Schneid das so. Schnell das so. Schnell das vor die Cam, Digga. Schnell das einfach so. Willst du sagen, das hab ich mit Dennis gekocht? Dann gehst du ein Bild bei IKG und dann blendest du das ein oder so. Weitere Spitzenabfrage. Ja. Und zwar die Magpies. Ah, das weiß ich, Digga. Das weiß ich halt auch nicht. Wie ich das sag? Ja. Das weiß ich halt auch nicht. Oh die Shit, der geht so baden, Alter. Geil. Ja, okay. Wir nehmen die. Ich hab halt keine Ahnung. Norwich City. Newcastle. Norwich? Newcastle ist natürlich richtig. Wir spielen nicht für Einsteig. Ne, ich glaub das ist die Canaries. Oder die Kanarienvögel. Ich glaub das kann ich sagen. Ja, das kann ich sagen. Ja, das kann ich sagen. Ja, das kann ich sagen. Der hat einfach den Meccanaries. Und dann stellt Götze auf 2-0. Ein Spieler hat in seiner Karriere dreimal die Champions League gewonnen. Mit drei verschiedenen Vereinen. Der hat doch den Board jetzt auch gewechselt, damit er noch lauter ist mit der Säge, oder? Ja, komplett, Alter. Der kleine Wichser. Ich gebe euch allen 100 Euro, wenn die den gleichen Namen ist. Wir haben Cleven Seedorf. Den haben wir auf jeden Fall nicht, wir haben ETHO. Die Antwort ist... Cleven Seedorf. Ja, so steinig, Alter. So haben wir den Toren gehaucht aus. Ich weiß nicht, ob ich noch nicht. Real, Milan und Liverpool, glaube ich. Liverpool. Ah, kann sein. Der war bei Liverpool. Alter, einfach mal nach Cleven Seedorf. Machieren wir ihn durch, Alter. Machieren wir ihn durch, Alter. Machieren wir ihn durch, Alter. Oh, die Schick. 3-0 für euch, ne? Oh, Götze. Wir haben 6 Champions-League-Titel für den FC Liverpool. Nochmal, Basti, Ruhe. Wir haben 6 Champions-League-Titel für den FC Liverpool. Wir haben 3 Champions-League-Titel für Manchester United. Wer kommt danach? Die zweitmeisten. Die zweitmeisten Champions-League-Titel. Englisch, Englisch. Jetzt Champions-League. Alles, oder? Europapokal. Ein Team, das auch 2 gewonnen hat. Ne, jetzt gibt es 2. Ja, haben wir auch. Wir haben auch eigentlich 2. Ja, dann habe ich mich recht verfahren. Wir schreiben mal, wir nehmen die gute Minuten. Wir haben eh die beiden. Wer habt ihr? Wir haben Chelsea und noch Nottingham. Ja, aber ich habe Nottingham-Forest aufgespielt. Chelsea hat ja 2-12 und vor 2 Jahren. Ja, ja. War das vielleicht eine alte Liste oder so? Wo die CL-Titel noch nicht drin waren. Ja, okay, wir haben eh beide. Ah, ist ja okay. Dann okay. Okay. Ganz klar. Boah, wir wollten zwar mit dem zu Null rausgehen, aber... Okay, kann man jetzt nichts machen. Da könnt ihr ja nichts machen. Da können wir nichts machen. Da sind meine zwei Fehler wenigstens an vernünftigen Stellen passiert. Und nicht im Duell, sag ich mal. 4-1. Wir haben jetzt eine kleine Spieländerung, sag ich mal. Ihr könnt das Handy ruhig weglegen, wenn ihr wollt. Okay. Warum nicht? Ich lese euch nämlich jetzt... Also nicht viel davor, weil ich fange mit einem Verein an. Ja. Erzähl immer weiter, die Station und nimmts reinrufen. Also wenns erstes den Namen rauskriegt, kriegt ihr den Rufen. Okay. Also das gleiche wie bei mir nur... Genau. Aber wenn ich einen falschen haben, sag ich schon falsch. Genau. Wenn ihr einen rausruft und der falsch ist, dann haben die anderen den Punkt. Also ruhig ruhig direkt. Ja. Und wenn nicht, dann einmal kurz absprechen. Aber du machst dann so Pause auf. Wieso Handy raus? Ja. Ich sag jetzt nicht hier... Ja. Wenn ich jetzt in Bassolei, dann hört ihr es nachher, weißt du? Achso. Also es sind 5, ich hab 5 Spieler insgesamt. Ja, dann fangen wir an. Warte, nein. Dann lassen wir ihn mal raus. Okay, ja. Mach euch. Also wir fangen an bei Riverplay. Wollen die überhaupt zu spielen. Gehen dann direkt zu Real Madrid. Dann zum SSC Neapel. Higuain. Ja, Junge. Ist das eine Abweibung, holy shit, ey. Das ist gut. Nicht aufschneiden, nicht aufschneiden. Also wir kommen zum nächsten Spieler. Der erste Verein ist Syren aus der dritten französischen Liga. Danach geht es zu Boulogne. Boulogne? Boulogne, ja. Nee, Boulogne. Boulogne. Dann geht es zum SM Caen. Okay. Danach geht es zu Leicester City. Goulogne. Goulogne. Richtig. Boah, ich habe es auch nicht gedacht, aber ich hätte es. Das ist der Bestie. So, jetzt kommt auf jeden Fall eine sehr interessante Folge. Also wir fangen bei Sant Etienne an. Gehen dann zu Atletico. Gehen zurück zu Sant Etienne. Gehen zurück zu Atletico. Gehen wieder zurück nach Sant Etienne. Gehen dann nach Wolfsburg. Gehen dann wieder nach Atletico. Gehen dann wieder nach Wolfsburg. Gehen dann wieder nach Atletico. Gehen dann nach Bordeaux. Und gehen dann wieder zu Wolfsburg. Boah, Nils ist so eine Legende, der hat es direkt rausgekommen. Mit dem Spieler vor allem. Sie sind ein bisschen an der Cover, oder? Ja, ja. Das ist kein Auffälliger. Boah, Nils ist richtig stark. Auffällig. Nils hat die Runde schon gewonnen alleine. Bordeaux am Ende. Ja, jetzt wieder bei Wolfsburg. Es sei denn, er hat es in der Karriere. Bei Wolfsburg. Ist er jetzt bei Wolfsburg oder hat es in der Karriere noch geendet? Also eins von beiden, ne? Genau. Sag ich euch nicht. Kannst du nochmal durchgehen? Ja. Sant Etienne, Atletico. Sant Etienne, Atletico. Sant Etienne, Wolfsburg. Atletico, Wolfsburg. Atletico, Bordeaux. Wolfsburg, Bordeaux, Wolfsburg. Viele Laien dabei. Ist ja klar. Sag an. Ich dachte, er hat jetzt mal für eine Ablösesumme gewechselt. Das ist ja eine Idee. Ja. Ja, ihr müsst ja nicht aufschneiden, wir müssen reinrufen. Ne, ihr könnt sagen, wir können auch schlau. Ja, ja, den hätte ich jetzt auch. Ja, also es ist ja auf jeden Fall einer aus dem Land. Na, das ist schon eine andere Ansicht. Ja, ne? Er wird euch nicht verlieben. Ja, doof. Was wird denn, wenn ihr wieder herkommt? Ist schon mal doof. Das ist so krass. Das ist so geil. Das ist auf jeden Fall der schwerste von einem. Ich hätte jetzt nicht gedacht. Ja, also lass den ersten nehmen. Ja, bevor die reinrufen, sind wir den reinrufen? Ja. Wo ist die Jorn? DELAEL! Ist der? Ne, ist falsch. Aber immer in den, den auch. Obwohl, scheiße, jetzt habe ich ja den Punkt gebrochen. Nein! Haben wir den Punkt gebrochen? Nein! Haben wir den Punkt gebrochen oder nicht? Wie meint ihr das? Wer hat als erstes gesagt? Ich? Ja, das ist ja falsch. Dann haben wir den Punkt gebrochen. Dumm, dumm. Ist meiner. Ich hatte den Punkt ja so oder so. Ist meiner. Ach so. Wenn einer eine falsche Antwort sagt, haben die anderen direkt nicht. Ach so. Ja, okay. So, wir kommen zum nächsten Spieler. Wir gehen zum Racing Lenz. Dann nach Chelsea. Dann geht es nach Sulte-Varigen. Zurück zu Chelsea. Also Laien natürlich, wenn man nicht denkt. Dann geht es von Chelsea zu Gladbach. Von Hazard. Richtig? Boah, das ist gut. Ich hatte die ganze Ehe im Kopf. Ja, ja, ich hatte die ganze Ehe im Kopf. Letzter Spieler aus der Kategorie. Wir fangen bei Punic an. Punic? Punic. Ja, kannte ich auch vorher nicht. Welches Land? Das sag ich dir nicht. Vielleicht noch mal 5 Meter rein dürfen. Dann gehst du São Paulo von Punic. Dann gehst du Metalurg. Dann gehst du Schachter Donets. Von Schachter Donets geht es zum BVB. Dann gehst du Man U. Dann gehst du Arsenal. Dann gehst du Ro. Dann gehst du Inter Mailand. Ich lese doch mal ab. Schachter Donets. Donets. Dortmund. Mendy. Ja, ja, ja. Die Idee? Ja, ja. Wichtig. Hendrik Mechizaria. Ah, ja. Alle einzeln mit Mendy. Komm, Junge. Das kriegen wir wohl nicht. Das müssen wir holen. So. Schlimmes Spiel. Aber wir fangen damit auf jeden Fall an. Startaufstellung. Champions-League-Finale 2013. Dortmund gegen Bayern. Startaufstellung. Startaufstellung. Dann geh ich mit Manuel Neuer. Manuel Neuer. Wobei Lewandowski. Ist ja diesmal richtig. Jawohl. Le war dann natürlich noch auf der besseren Seite in Deutschland unterwegs gewesen. Ja, den weiß ich nicht. Habe ich mir bei allen Gampel noch funktioniert? Ja, ich würde noch auf jeden Fall Thomas Müller sagen. Thomas Müller. Absolut richtig. Ja, ich weiß noch einen. Okay. Ich glaube, ich habe noch einen. Okay. Der ist schon sehr safe. Bin bei. Mario Mazzucic. Mario Mazzucic. Absolut richtig. Ja. Ich habe Philipp Lahm. Absolut richtig. Ja. Eilen Robben. Eilen Robben. Eilen Robben. Eilen Robben. Absolut richtig. Danke. Wer willst du Eilen Robben? Eilen Robben. Weinfeller. Eilen Robben. Das ist absolut richtig. Was weiß ich nicht mehr. Solche Legenden mehr auf dem Zettel, das ist so geil. Max Hummels auch. Natürlich bei Dortmund. Sobotic. 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 Absolut richtig. Dante. Dante. Dante ist, glaube ich, richtig. Das ist richtig. Das hat nur hier runtergehört. Muss so richtig sein. Dante ist absolut richtig. Oh, jetzt haben wir ihn natürlich. Ehm. Ehm. Warte, warte. Ribery. Ribery absolut richtig. Ribery absolut richtig. Da kommt Lachinkowski. Da kommt Lachinkowski. Lachinkowski. Boah. Lachinkowski. Das ist Ribery. Das ist absolut falsch. Ja, Junge. Da ist er. Sorry, sorry. Was? Ihr Junge Mann. Ihr habt da noch nichts gesagt. Das ist okay. Ihr Mann. Sorry, ich habe nicht Lachinkowski, ich habe Jakub auf dem Spiel. Ich habe es deswegen habe ich es nicht gesehen. Ich wollte den Namen nicht schreiben. Okay, jetzt sind wir dran, ne? Ja, ja. Sorry, du. Ilkay Gündogan. Ilkay Gündogan, komplett richtig. Natürlich. Toni Kroos. Toni Kroos ist absolut falsch. Ja, Junge. Und jetzt ist das Ding, Digga. Und jetzt ist das Ding. Wir haben den Juventus-Kader aus der Saison. Aus der aktuellen Saison? Aus der aktuellen Saison. Aus der aktuellen Saison. Aus der aktuellen Saison. Nicht rund 2013. Ja, da fangen die die an. Ich kann sagen, wir werden das aktuellen Saison angewiesen. Lauvic. Lauvic. Angel Di Maria. McKenni. Anne Fiody Maria. Was ist die? Kann man sagen? Ich brauche ein bisschen. Sorry. McKenni. Ja. Rostig. Rostig. Quadrado. Quadrado. Bremer. Bremer. Die kenne ich halt alle gerade vom Saison. So hart, ne? Sonst einfach nicht ins Team durchgehen. Alte Serie A-Schwärtser. Bremer ist natürlich richtig. Wie heißt der? Registar. Alter, ich spiel Barsrum. Wer ist dran? Wer ist dran? Wer ist dran? Gute Frage. Okay. Schleswig. 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 Locatelli. Und so einen der bei FIFA richtig scheiße ist, aber trotzdem viel kostet. Pauk, Pauk, Pauk. Pauk? Absolut. Rabiot. Rabiot. Absolut. Schleswig. Spielt Aaron Ramsey da noch? Nein. Spielt er nicht der Geräusche? Ey, doch. Der Ehrenmann. Ja, komplett der Ehrenmann. Ne. War so stark von dem. Ne. Ich glaub, ich hab den Mann noch letztes gezogen. Ja, der spielt auch da. Ja, der spielt auch da. Ja, der spielt auch da. Ja, der spielt auch links bei dir. Einige noch? Ja, Kostet. Kostet, hab dir gesagt. Kostet, hab dir gesagt. Perrin. Perrin. Mathieu, Perrin. Hübscher Mann. Alexandro. Alexandro. Ja, der spielt auch links. Der spielt auch links. Ja, der spielt auch links. Ich hab auch noch irgendwie einen Danilo im Kopf gehabt. Der wäre auch wild gewesen. Wie ist das denn da? Bestimmt nicht. Oder? Also, keine Ahnung. Knüppel einfach raus. Dafür verdient er auch safe zu viel Geld, um dann auch zu spielen. Aber egal, Danilo. An Minus hast du nicht. Hä? Ich glaub, wie soll er sich irgendwie dahinter hinstellen? Ja, keine Ahnung. Der hat vielleicht auch einen Vertrag ausgetroffen und ist dann irgendwie... Ja, komplett. Der hält auch schon komplett jetzt schon in Brasilien. Der hat auch, glaub ich, gar nicht so viel gespielt. Ja, ja. Der war halt nicht gut. Hey, wie geht Danilo? Kann gut sein. Millic. Ja, Arcadio. Gibt mal ein paar auffällige... Ja, was passen Sie jetzt? Ah! Jesa! Ach! Ja, natürlich. Fede. Habe ich kurz vergessen. Ne, Nils haben bestimmt auch... Beste Spieler mit der Serie. Ja. Hat sich dann verletzt, leider. Ja, leider verletzt. Aber an sich, wenn der Fipps bester Spieler der Serie auch nicht... Der ist so geil, ey. Ja, okay. Jetzt bist du nochmal mein Name. Großer Fan auf jeden Fall. Langsam geht's zur Substanz, bin ich ganz ehrlich. Wie ist der Dichili auch noch da? Dichili spielt absolut noch da. Boah, sehr stark. Dichili ist so geil. Der ist ein geiler Punkt. Der ist ein geiler Punkt. Sehr geiler Punkt. Ich hätte einfach gesagt, es war geil. Ist ja egal. Der hat das nur gesagt und ich dachte, er meinte das schon. Aber er hat das nur Sebastian gesagt. War richtig? War richtig, ja, ja. Dich hat die Non-Rats durch. Wie hat die dir gesagt jetzt? Dichili. Es sind noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Stück. Also ich glaube, der spielt da nicht mehr, aber Ben Adeschi spielt. Ben Adeschi spielt da nicht mehr, ja. Ich pack das letzte in die nächste Folge. Das ist ein geiles Duell. Das pack ich auf jeden Fall in die nächste Folge. Dann haben wir ein großes Finale, Digger. Wir haben ein großes Finale. Let's go. Götze delivered. Götze kommt zurück. 1 zu 1. Ich freue mich auf die nächste Folge. Großes Finale. Auf jeden Fall einschalten. Bis denne. Bis denne.